recht herzlich willkommen zur 211 folge vom kerbel space programm ja wir sind auf dem weg zu duna ist jetzt den dingens hier ja ist der duna ohne wiederkehr wieder auswählen dann gehen wir da mal rein hatten letztes mal schon geguckt und dann wenn wir das diesmal auf jeden fall in die richtige richtung bringen würde ich sagen so das ist ja erstmal schon alles schön und gut wir haben noch nicht aus die richtung rüber geschoben okay dann muss man das noch machen ich dachte dass ich mal jetzt schon gemacht aber das wohl noch nicht so wir haben noch wie viel zeit drei stunden 38 minuten also gleich vorspulen also nicht so fand wieso dreht er sich nicht mehr saft ist da diese träge oder weiß ist er erstmal aus warum will die sich jetzt nicht bewegen was habe ich jetzt wieder falsch da tut sich jetzt was aber sehr sehr langsam dann schauen wir mal dass wir irgendwie hinkommen zu dem blauen punkt der da in dieser richtung irgendwo ist okay jetzt können wir schon mal bremsen oder wie ist das ja ich mach mal schnell das ss an vielleicht kommt es dann schneller ja sieht auch so aus warum die jetzt so langsam dahin ging weiß ich auch nicht und mal gucken dass er sich da jetzt ein pendelt wir können wir die ganze zeit hier vielleicht ein bisschen schneller machen zeit rüber geht schon mal so dass wir eingependelt haben rechts ich glaube jetzt ist passend oder würde ich mal so ungefähr schätzen das ist immer ein bisschen schwierig zu sehen finde ich so noch mal schneller noch schneller drei stunden geht jetzt nicht schneller wir sind zu nahe drunter alles klar das bremste sogar ab weil wir noch zu nahe sind okay unter 120.000 geht nix aber wir hätten jetzt noch im dingen zu machen können sag schon im zentrum hervorspielen können vor spulen nicht spielen naja kriegen wir gleich auch noch hin oder können das ganze aber auch anders machen indem wir sagen sind wir denn jetzt hier manöver hinzufügen da manöver hin zum nächsten manöver vorspulen ja machen wir und können das ja auch notfalls abbrechen geht das mit dem minus naja minus abbrechen steht hier ne wo ist minus das ist jetzt hier die frage im spiel naja ok man hätte dann hier einfach drauf gehen können wahrscheinlich ne vorspulen einfach zum nächsten manöver vorspulen zwei stunden er spult jetzt immer glaub so schnell vor wie er darf oder wie sehe ich das ja drückt zum abbrechen minus ok das minus ist es nicht ich habe immer noch ein bisschen bammel ne das wäre ja eigentlich geht er nicht weit raus wir müssen den zwar noch korrigieren aber eine stunde mach mal so zehn minuten vorher auf glaube ich kann ich noch ein bisschen was korrigieren obwohl wir da auch jetzt nicht unbedingt ne eine runde machen wir noch so 25 24 20 19 18 so und jetzt brechen wir das vorspulen ab und gucken dass wir erst nochmal ins fadenkreuz kommen so senkrecht sind wir glaubt runter aber waagerecht gefällt mir das ja jetzt gar nicht ich glaube jetzt hab ich gerade wieder wie immer falsch rum so ich glaube jetzt passt das ist nicht schlecht aus oder kann sein so passt so 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 schnell so schnell so schnell nicht anders und ich glaube die können auch schon anfangen zu brennen oder so ausgerichtet sind war dann müssen wir mal gucken dass wir da hinkommen einfach vollgas oder und da ist die stufe leer und jetzt ist er weg jetzt geht die reise weiter sieht alles ganz gut aus einfach mal brennen 700 600 Minute sind wir jetzt vorher die hälfte haben wir naja vielleicht passt es ja doch müssen nachher gucken dass wir da nicht so weit was falsch haben aber das kriegen wir auch noch hin jetzt kommt das ding da raus jetzt habe ich mich natürlich wieder erschrocken hier 200 100 150 100 jetzt machen wir Sorgen sind wir schon wieder drüber oder das du nachher an sich zentrieren sie war nix das hier vorbei kommt ja das ist nicht gut ich glaube wir müssen 180 grad drehen so rum ich denke wir haben ein bisschen zu viel gebrannt kann er sein das werden wir jetzt wieder reinholen denke ich will ich ganz stark hoffen nur die frage wo wo ist der blaue und wo ist der ja wir werden es ausprobieren müssen jetzt gehen wir auf diesen hier wieder hin ja das ist schon so richtig und auf duna gucken wo ist duna da ist duna an sich zentrieren gucken wann es hier erscheint irgendwann kommt hier vielleicht vorbei gefällt mir gerade nicht wo sehe ich denn jetzt hier meine linie die frage wo der wirkliche weg ist ist das hier jetzt die achse scheinbar ich sehe meine tatsächliche flugbahn nicht das ist das größte problem ja das war jetzt schon wieder verkehrt andersrum da müssen wir erstmal unten in den punkt wieder rein, kann das sein? naja eigentlich nicht oder doch? haben wir den weg so vielleicht kommen wir dann noch dahin wo wir hin wollen so lassen wir es mal da in dem bereich ist es irgendwo ausrichtung zentrieren ich sehe hier leider nichts in der nähe das ist ganz schlecht ja das bleibt uns anders über wir können diesen knoten löschen und neuen setzen dass wir da irgendwo was jetzt korrigieren dass es dahin findet und über hinzufügen und jetzt wird es schwierig ansicht diszentriert ja das war schon klar noch nicht hier aufgucken wo wir da sind ne hier ist der annäherungspunkt warte mal dann können wir das nochmal ein weg machen 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 das mit nix müssen wir hier gucken wo wir sind das ist jetzt nicht so toll ne noch manöver hinzufügen und dann vorwärts kommen noch das ist jetzt dunas bahn hier ne sonne apoapsis ist das denn jetzt hier kürzes entfernung zu wem gute frage ziel entfernen ziel ist drin ne das ist schon mal gut kürzeste entfernung na super und das ist wieder spannend ich glaube damit machen wir gerade nix wer ist das jetzt hier kürzen wir müssen erstmal wieder zu uns das ist ja jetzt ganz ganz schwierig manöver hinzufügen dann erreichen wir in 28 minuten den punkt an sich zentrieren wo ist der punkt jetzt da stopp das wäre natürlich jetzt genial wenn wir das da hätten da ist ein bisschen was und ja dann wir hier hier wir hier 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 so jetzt haben wir es aber bei 90 liegen wir also so wir fliegen hier dran vorbei die beiden drehen so rum und wir kommen auch so vorbei könnten ein klein bisschen weiter raus aber wir können auch erst den machen also egal eigentlich umso besser wir jetzt dahin kommen so einfach wird es nachher sein mit dem steuern ja ich denke mal so ist es gar nicht mal so verkehrt jetzt kriegen wir das vielleicht noch ein bisschen so ja ich sag mal so ist es schon gar nicht mal so schlecht lassen wir erstmal so müssen das noch mal korrigieren jetzt beim brennen in 25 minuten das bedeutet jetzt dahin steuern wir sind auf manuellen betrieb ja aber tendenziell würde ich jetzt auch sagen es ist wahrscheinlich egal wann wir das machen das können wir bei der entfernung jetzt auch schon steuern so jetzt gucken wir mal dass wir das da hinkriegen jetzt müssen wir erstmal hier wieder reinholen da genau ist dass also b Also er wandert immer in die gleiche Richtung weg, ne? Wäre froh, wenn ich jetzt mal irgendwas sehen würde. Sieht gerade nicht so aus. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Ja, es ist schon wieder zu viel, glaube, ne? Duna, du machst mir Sorgen. Wo ist mein Punkt? Aha, jetzt hat er den Knoten weggemacht. 22 Minuten. Na, wir machen mal den wieder weg hier. Und wir machen nochmal einen neuen. Irgendwie kriegen wir es gerade nicht so gut hin. Irgendwas haben wir da nicht so doll gemacht. 13 Minuten, Minimum hinzufügen, kriegen wir hin. Ja, weil wir noch nichts geändert haben, passt das da unten schon mal. Duna, wo bist du? Da. So, auf ein neues. Aber ich muss das andere sehen, obwohl da ist schon eine sehr nahe Geschichte zu sehen. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. So hoch. Ja. Wir sind tiefer. Ein bisschen rein. So könnte es gehen. Wieder zur Markierung. Wollen wir da hin. So und dann spulen wir gerade ein bisschen vor, dass wir diesmal mit der Zeit doch tatsächlich da sind, wo wir hinwollen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. So. Und dann sind wir ausgerichtet und müssen nur ein bisschen Schub geben. Hoffen, dass wir gleich hier was sehen. Ein bisschen näher ran an die Zeit. 17,3 ist nicht viel, ne? Eigentlich nicht, aber bei uns ja. So, normale Zeit. 18. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Da kommt er. Und. Gut. Ein bisschen weiter noch. Stopp. So. 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 Ich glaube, so lassen wir es. Alles ist gut. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft, dass wir in diese Flugrichtung jetzt sind. Und. Manöver hinzufügen, machen wir da mal gerade. Und hier bremsen wir dann ab. Ups, das war viel zu viel. Das ist dann halt irgendwo erstmal hier so. Obwohl wir vielleicht noch ein bisschen korrigieren sollten. Oh ja. Aber. Das ist erstmal in weiter Ferne, weil das dauert jetzt 249 Tage, wie man sieht. Bis wir da sind. Da haben wir noch einiges vor. Wenn es denn passt mit der Zeit hier. Aber ich glaube schon. Gut. Okay. Dann sind wir für diese Runde natürlich erstmal fertig. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt schon abonniert. Wenn nicht, macht es. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Können wir gerade noch einmal kurz gucken, wie die anderen Geschehnisse sind. Haben wir noch die anderen Jungs da von Minmus. Auf dem Rückweg. Da wollte ich noch gerade reingucken. Wo sind die jetzt hier? Da sind die, ne? Wenn das jetzt hier angezeigt. Da. Die sind in vier Stunden daheim. Ne. In zwölf Tagen und vier Stunden daheim. Okay. Da kümmern wir uns dann noch beim nächsten Mal wieder drum, oder? Ne. Wir haben hinweg immer. Oh, naja. Okay. Müssen wir dann gucken, was wir zuerst machen. Also die fliegen jetzt da weg. Ne. Und die? Wir haben mehrere Sachen. So. Jo. Elf Tage. Minimums V6. Die müssen wir noch machen. Genau. Gut. Dann elf Tage. Zwölf Tage. Und 249 Tage vielleicht. Alles klar. Dann würde ich erstmal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.